Wir Menschen leben als geistige Wesen in einem materiellen Universum. Der Zweck dessen ist, Erfahrungen zu machen. Weil die Basis allen materiellen Seins der Geist ist, bist auch du die Basis für all das, was sich in deinem Leben zeigt. Als Geistwesen bist du Teil des einen Geistes, der all das geschaffen hat, was ist. Und allein deine Absicht bewirkt Veränderungen innerhalb der materiellen Welt. Dies scheint unglaublich zu sein, aber nur deswegen, weil man uns bereits vor Hunderten von Generationen das Gegenteil eingetrichtert hat. Demnach besteht bei heutigen Menschen die Absicht, Wunde als unmöglich gelten zu lassen. Und deshalb passieren sie nicht. Die Eigenschaft, Erfahrungen zu machen, bedeutet, dass wir früher oder später an den Punkt kommen, um zu erfahren, dass wir mächtig sind. Diese Macht existiert zunächst nur in kleinem Maße, wie man bereits an dem Placebo-Effekt erkennen kann. Der Placebo-Effekt wird dadurch hervorgerufen, dass wir an etwas glauben, ohne uns darüber bewusst zu sein, dass dieser Glaube in Wahrheit keine logische Berechtigung hätte, weil es sich um eine Fehlannahme handelt. Nur weil der Mensch an etwas glaubte, kam die Wirkung zustande und aus keinem anderen Grund. Wenn wir unseren Glauben an unsere eigene mentale Kraft üben, von kleinen zu immer größeren Aufgaben, so erfahren wir Bestätigung durch die Umsetzung unserer Absichten. In der Folge wird das Bewusstsein unserer Macht immer größer und wir sind immer mehr in der Lage, unser Leben auf unsere Wünsche auszurichten. Das Quantenfeld reagiert auf unsere Absichten. Je mehr unser Geist geschult ist auf messerscharfe Gedanken in unseren Absichten, desto erfolgreicher sind die Resultate. Professor Masaru Emoto bewies eindeutig, welch große Auswirkungen Gedanken allein auf den Informationsgehalt von Wasser haben kann. Und alle heiligen Menschen, die auf dieser Welt wandelten, hatten genau diese eine Botschaft. Du hast die schöpfrische Kraft in dir. Die Grundregel zum Erreichen eines Ziels ist es, sich auf das gewünschte Ergebnis zu konzentrieren. Also den Zustand im Bewusstsein zu halten, den wir als Ergebnis sehen wollen. Das größte Hindernis auf dem Weg der Entfaltung sind die bisher im Unterbewusstsein befindlichen Annahmen. Um nun neue Dinge in sein Bewusstsein zu laden, ist es von Vorteil, wenn man sich währenddessen in einem Zustand hält, der sich Nichtwissen nennt. Auf Deutsch gesagt, ist es einem einfach vollkommen egal, was man bisher dachte. Man lässt einfach zu, dass alles bisherige Unwahr sein könnte. Und dieser Zustand ist wie ein weißes Blatt Papier, frisch und rein. Darauf kann man nun neue Suggestionen, Affirmationen oder Annahmen schreiben. In dieser Hördatei geht es darum, sich die Gedankenmuster vollkommener Gesundheit anzuhören, die sich bei vorbehaltloser Annahme realisieren werden. Höre sie dir an und versuche innerlich einfach Ja zu diesen Dingen zu sagen. Viel Erfolg! In meinem Geist findet der Gedanke an wunderbare Gesundheit ein Aufkommen großer Freude in mir. Ich empfinde perfekt gesund zu sein, als den einzig wirklich wahren Zustand meiner inneren Natur. In diesem Moment, wo ich diese Worte höre und für mich annehme, fängt mein Nervensystem an, alles in die Wege zu leiten, um den Zustand optimaler Heilung herzustellen. Genauso wie sich Muskeln bilden, wenn ich trainiere. Die Worte, ich bin perfekt gesund, bewirken ab der Sekunde des Akzeptierens, dass eine Armee von Zellen in meinem Körper nichts anderes zu tun haben, als genau diesen Zustand herzustellen. Millionen und Abermillionen Vorgänge, die gerade jetzt stattfinden, haben nur dieses eine Ziel, meine Absicht und Vorstellung von einem perfekt gesunden Körper umzusetzen. Dieses Ergebnis geht ganz schnell und leicht. Immerhin weiß die Kommandozentrale meines Körpers nun, was zu tun ist. Die Natur hält sich mit solchen Dingen nicht auf. Ich liebe mich und akzeptiere mich und ich nehme Gesundheit für mich an. All meine kritischen Gedanken über mich sind für immer verschwunden. Ich liebe mich und nehme mich mit allem, was mich ausmacht, an. Ich bin in vollkommenem Frieden mit mir und weiß, dass ich gut und wertvoll bin. Ich bin vollkommen gesund. Alle Zellen haben jetzt die Information. Die Heilung hat begonnen. Ich spüre das Kribbeln des Betriebes in meinem Körper und segne meinen Körper. Mein Körper ist wunderbar und hat die höchsten Selbstheilungskräfte, die es gibt. Ich bestehe aus reiner Heilung. Mit jedem Atemzug kommt ein weiterer Gesundheitsschub in meinen Körper. Ich bin gesund, weil ich die Absicht dazu habe und es mir Freude bereitet, zuzusehen, wie ich gerade heile. Mein Körper findet sich wieder in seinem Optimalzustand. Gesundheit ist das Natürlichste dieser Welt. Alle Krankheit fällt von mir ab, wie Laub von einem Baum. Pure Gesundheit durchdringt meinen ganzen Körper. Ohne Mühe und ohne Anspannung passiert alles völlig natürlich. Ich bin gesund. Dies klingt für mich vollkommen richtig und gut. Ich bin gesund. Ich bin gesund. Gesund sein ist normal. Nichts Besonderes, ganz normal. Ich fühle mich gut und mit jeder Minute besser und besser. Heilung ist nicht aufzuhalten, solange ich sie freudvoll in meinen Gedanken trage. Ich bin vollkommen dankbar für die wundervolle Welt, die mich umgibt. Gesundheit begleitet mich in jeder Stunde, Minute, Sekunde. Solange ich Harmonie im Geist trage, ist Gesundheit mein Zustand. Liebe und Harmonie sind fester Bestandteil meines Geistes. Alles, was mich je geärgert hat, ist nun weit von mir entfernt. Ich besinne mich auf die Schönheit, am Leben zu sein. Alles andere berührt mich nicht mehr. Ich sehe das Gute und Schöne und freue mich vom tiefsten Herzen aus über meine Heilung und mein unbeschwertes Leben. Ich atme Gesundheit und esse Gesundheit und denke Gesundheit. Ich spüre die Kraft, die durch meine Adern fließt und spüre in jeder Sekunde, wie alles besser und besser wird. Ich fühle mich besser und besser und meine Vitalfunktionen regenerieren sich rasant. Und immer mehr Freude durchströmt meinen Körper. In meinem Körper gibt es eine Müllabfuhr, die nun alle Schadstoffe herausbringt. Es gibt einen Nachschub, der all die wunderbaren Nährstoffe ans Ziel bringt. Es gibt das Feuer der Reinigung und es gibt das Prinzip der Neuschöpfung. Lasse dich einfach fallen in das Vertrauen. Alles führt zu kompletter Heilung, bei kompletter Selbstannahme. Und sage es immer wieder, denn es ist etwas, was wirklich stimmt. Denn dein Sein und das Sein der Welt ist ein Sein. Und deswegen kannst du nur gut sein. Sage, ich bin gut. Nimm dich an, mit allem, was dich ausmacht. Nimm dich an, jetzt, vollkommen. Sag Ja zu dir. Jeden Tag mehr und mehr. Sag, ich liebe mich. In meinem Geist findet der Gedanke an wunderbare Gesundheit ein Aufkommen großer Freude in mir. Ich empfinde perfekt gesund zu sein, als den einzig wirklich wahren Zustand meiner inneren Natur. In diesem Moment, wo ich diese Worte höre und für mich annehme, fängt mein Nervensystem an, alles in die Wege zu leiten, um den Zustand optimaler Heilung herzustellen. Genauso, wie sich Muskeln bilden, wenn ich trainiere. Die Worte, ich bin perfekt gesund, bewirken ab der Sekunde des Akzeptierens, dass eine Armee von Zellen in meinem Körper nichts anderes zu tun haben, als genau diesen Zustand herzustellen. Millionen und Abermillionen Vorgänge, die gerade jetzt stattfinden, haben nur dieses eine Ziel, meine Absicht und Vorstellung von einem perfekt gesunden Körper umzusetzen. Dieses Ergebnis geht ganz schnell und leicht. Immerhin weiß die Kommandozentrale meines Körpers nun, was zu tun ist. Die Natur hält sich mit solchen Dingen nicht auf. Ich liebe mich und akzeptiere mich und ich nehme Gesundheit für mich an. All meine kritischen Gedanken über mich sind für immer verschwunden. Ich liebe mich und nehme mich mit allem, was mich ausmacht, an. Ich bin in vollkommenem Frieden mit mir und weiß, dass ich gut und wertvoll bin. Ich bin vollkommen gesund. Alle Zellen haben jetzt die Information. Die Heilung hat begonnen. Ich spüre das Kribbeln des Betriebes in meinem Körper und segne meinen Körper. Mein Körper ist wunderbar und hat die höchsten Selbstheilungskräfte, die es gibt. Ich bestehe aus reiner Heilung. Mit jedem Atemzug kommt ein weiterer Gesundheitsschub in meinen Körper. Ich bin gesund, weil ich die Absicht dazu habe und es mir Freude bereitet, zuzusehen, wie ich gerade heile. Mein Körper findet sich wieder in seinem Optimalzustand. Gesundheit ist das Natürlichste dieser Welt. Alle Krankheit fällt von mir ab, wie Laub von einem Baum. Pure Gesundheit durchdringt meinen ganzen Körper. Ohne Mühe und ohne Anspannung passiert alles völlig natürlich. Ich bin gesund, dies klingt für mich vollkommen richtig und gut. Ich bin gesund, ich bin gesund, ich bin gesund, ich bin gesund, ich bin gesund. Gesund sein ist normal, nichts Besonderes, ganz normal. Ich fühle mich gut und mit jeder Minute besser und besser. Heilung ist nicht aufzuhalten, solange ich sie freudvoll in meinen Gedanken trage. Ich bin vollkommen dankbar für die wundervolle Welt, die mich umgibt. Gesundheit begleitet mich in jeder Stunde, Minute, Sekunde. Solange ich Harmonie im Geist trage, ist Gesundheit mein Zustand. Liebe und Harmonie sind fester Bestandteil meines Geistes. Alles, was mich je geärgert hat, ist nun weit von mir entfernt. Ich besinne mich auf die Schönheit am Leben zu sein. Alles andere berührt mich nicht mehr. Ich sehe das Gute und Schöne und freue mich vom tiefsten Herzen aus über meine Heilung und mein unbeschwertes Leben. Ich atme Gesundheit und esse Gesundheit und denke Gesundheit. Ich spüre die Kraft, die durch meine Adern fließt und spüre in jeder Sekunde, wie alles besser und besser wird. Ich fühle mich besser und besser und meine Vitalfunktionen regenerieren sich rasant. Und immer mehr Freude durchströmt meinen Körper. In meinem Körper gibt es eine Müllabfuhr, die nun alle Schadstoffe herausbringt. Es gibt einen Nachschub, der all die wunderbaren Nährstoffe ans Ziel bringt. Es gibt das Feuer der Reinigung und es gibt das Prinzip der Neuschöpfung. Lasse dich einfach fallen in das Vertrauen. Alles führt zu kompletter Heilung, bei kompletter Selbstannahme. Und sage es immer wieder, denn es ist etwas, was wirklich stimmt. Denn dein Sein und das Sein der Welt ist ein Sein. Und deswegen kannst du nur gut sein. Sage, ich bin gut. Nimm dich an mit allem, was dich ausmacht. Nimm dich an, jetzt, vollkommen. Sag Ja zu dir. Jeden Tag mehr und mehr. Sag, ich liebe mich. In meinem Geist findet der Gedanke an wunderbare Gesundheit ein Aufkommen großer Freude in mir. Ich empfinde perfekt gesund zu sein, als den einzig wirklich wahren Zustand meiner inneren Natur. In diesem Moment, wo ich diese Worte höre und für mich annehme, fängt mein Nervensystem an, alles in die Wege zu leiten, um den Zustand optimaler Heilung herzustellen. Genauso, wie sich Muskeln bilden, wenn ich trainiere. Die Worte, ich bin perfekt gesund, bewirken ab der Sekunde des Akzeptierens, dass eine Armee von Zellen in meinem Körper nichts anderes zu tun haben, als genau diesen Zustand herzustellen. Millionen und Abermillionen Vorgänge, die gerade jetzt stattfinden, haben nur dieses eine Ziel, meine Absicht und Vorstellung von einem perfekt gesunden Körper umzusetzen. Dieses Ergebnis geht ganz schnell und leicht. Immerhin weiß die Kommandozentrale meines Körpers nun, was zu tun ist. Die Natur hält sich mit solchen Dingen nicht auf. Ich liebe mich und akzeptiere mich und ich nehme Gesundheit für mich an. All meine kritischen Gedanken über mich sind für immer verschwunden. Ich liebe mich und nehme mich mit allem, was mich ausmacht, an. Ich bin in vollkommenem Frieden mit mir und weiß, dass ich gut und wertvoll bin. Ich bin vollkommen gesund. Alle Zellen haben jetzt die Information. Die Heilung hat begonnen. Ich spüre das Kribbeln des Betriebes in meinem Körper und segne meinen Körper. Mein Körper ist wunderbar und hat die höchsten Selbstheilungskräfte, die es gibt. Ich bestehe aus reiner Heilung. Mit jedem Atemzug kommt ein weiterer Gesundheitsschub in meinen Körper. Ich bin gesund, weil ich die Absicht dazu habe und es mir Freude bereitet, zuzusehen, wie ich gerade heile. Mein Körper findet sich wieder in seinem Optimalzustand. Gesundheit ist das Natürlichste dieser Welt. Alle Krankheit fällt von mir ab, wie Laub von einem Baum. Pure Gesundheit durchdringt meinen ganzen Körper. Ohne Mühe und ohne Anspannung passiert alles völlig natürlich. Ich bin gesund. Dies klingt für mich vollkommen richtig und gut. Gesundheit ist normal. Nichts Besonderes, ganz normal. Ich fühle mich gut und mit jeder Minute besser und besser. Heilung ist nicht aufzuhalten, solange ich sie freudvoll in meinen Gedanken trage. Ich bin vollkommen dankbar für die wundervolle Welt, die mich umgibt. Gesundheit begleitet mich in jeder Stunde, Minute, Sekunde. Solange ich Harmonie im Geist trage, ist Gesundheit mein Zustand. Liebe und Harmonie sind fester Bestandteil meines Geistes. Alles, was mich je geärgert hat, ist nun weit von mir entfernt. Ich besinne mich auf die Schönheit, am Leben zu sein. Alles andere berührt mich nicht mehr. Ich sehe das Gute und Schöne und freue mich vom tiefsten Herzen aus über meine Heilung und mein unbeschwertes Leben. Ich atme Gesundheit und esse Gesundheit und denke Gesundheit. Ich spüre die Kraft, die durch meine Adern fließt und spüre in jeder Sekunde, wie alles besser und besser wird. Ich fühle mich besser und besser und meine Vitalfunktionen regenerieren sich rasant. Und immer mehr Freude durchströmt meinen Körper. In meinem Körper gibt es eine Müllabfuhr, die nun alle Schadstoffe herausbringt. Es gibt einen Nachschub, der all die wunderbaren Nährstoffe ans Ziel bringt. Es gibt das Feuer der Reinigung und es gibt das Prinzip der Neuschöpfung. Lasse dich einfach fallen in das Vertrauen. Alles führt zu kompletter Heilung, bei kompletter Selbstannahme. Und sage es immer wieder, denn es ist etwas, was wirklich stimmt. Denn dein Sein und das Sein der Welt ist ein Sein. Und deswegen kannst du nur gut sein. Sage, ich bin gut. Nimm dich an mit allem, was dich ausmacht. Nimm dich an, jetzt vollkommen. Sag Ja zu dir. Jeden Tag mehr und mehr. Sag, ich liebe mich. In meinem Geist findet der Gedanke an wunderbare Gesundheit ein Aufkommen großer Freude in mir. Ich empfinde perfekt gesund zu sein als den einzig wirklich wahren Zustand meiner inneren Natur. In diesem Moment, wo ich diese Worte höre und für mich annehme, fängt mein Nervensystem an, alles in die Wege zu leiten, um den Zustand optimaler Heilung herzustellen. Genauso, wie sich Muskeln bilden, wenn ich trainiere. Die Worte, ich bin perfekt gesund, bewirken ab der Sekunde des Akzeptierens, dass eine Armee von Zellen in meinem Körper nichts anderes zu tun haben, als genau diesen Zustand herzustellen. Millionen und Abermillionen Vorgänge, die gerade jetzt stattfinden, haben nur dieses eine Ziel, meine Absicht und Vorstellung von einem perfekt gesunden Körper umzusetzen. Dieses Ergebnis geht ganz schnell und leicht, immerhin weiß die Kommandozentrale meines Körpers nun, was zu tun ist. Die Natur hält sich mit solchen Dingen nicht auf. Ich liebe mich und akzeptiere mich und ich nehme Gesundheit für mich an. All meine kritischen Gedanken über mich sind für immer verschwunden. Ich liebe mich und nehme mich mit allem, was mich ausmacht, an. Ich bin in vollkommenem Frieden mit mir und weiß, dass ich gut und wertvoll bin. Ich bin vollkommen gesund. Alle Zellen haben jetzt die Information. Die Heilung hat begonnen. Mein Körper ist wunderbar und hat die höchsten Selbstheilungskräfte, die es gibt. Ich bestehe aus reiner Heilung. Mit jedem Atemzug kommt ein weiterer Gesundheitsschub in meinen Körper. Ich bin gesund, weil ich die Absicht dazu habe und es mir Freude bereitet, zuzusehen, wie ich gerade heile. Mein Körper findet sich wieder in seinem Optimalzustand. Alle Krankheit fällt von mir ab, wie Laub von einem Baum. Ich bin gesund. Pure Gesundheit durchdringt meinen ganzen Körper. Ohne Mühe und ohne Anspannung passiert alles völlig natürlich. Ich bin gesund. Dies klingt für mich vollkommen richtig und gut. Gesund sein ist normal. Nichts Besonderes, ganz normal. Ich fühle mich gut und mit jeder Minute besser und besser. Heilung ist nicht aufzuhalten, solange ich sie freudvoll in meinen Gedanken trage. Ich bin vollkommen dankbar für die wundervolle Welt, die mich umgibt. Gesundheit begleitet mich in jeder Stunde, Minute, Sekunde. Solange ich Harmonie im Geist trage, ist Gesundheit mein Zustand. Liebe und Harmonie sind fester Bestandteil meines Geistes. Alles, was mich je geärgert hat, ist nun weit von mir entfernt. Ich besinne mich auf die Schönheit, am Leben zu sein. Alles andere berührt mich nicht mehr. Ich sehe das Gute und Schöne und freue mich vom tiefsten Herzen aus über meine Heilung und mein unbeschwertes Leben. Ich atme Gesundheit und esse Gesundheit und denke Gesundheit. Ich spüre die Kraft, die durch meine Adern fließt und spüre in jeder Sekunde, wie alles besser und besser wird. Ich fühle mich besser und besser und meine Vitalfunktionen regenerieren sich rasant. Und immer mehr Freude durchströmt meinen Körper. In meinem Körper gibt es eine Müllabfuhr, die nun alle Schadstoffe herausbringt. Es gibt einen Nachschub, der all die wunderbaren Nährstoffe ans Ziel bringt. Es gibt das Feuer der Reinigung und es gibt das Prinzip der Neuschöpfung. Lasse dich einfach fallen in das Vertrauen. Alles führt zu kompletter Heilung, bei kompletter Selbstannahme. Sage, ich bin gut. Und sage es immer wieder, denn es ist etwas, was wirklich stimmt. Denn dein Sein und das Sein der Welt ist ein Sein. Und deswegen kannst du nur gut sein. Sage, ich bin gut. Nimm dich an mit allem, was dich ausmacht. Nimm dich an, jetzt vollkommen. Sag Ja zu dir. Jeden Tag mehr und mehr. Sag, ich liebe mich. In meinem Geist findet der Gedanke an wunderbare Gesundheit ein Aufkommen großer Freude in mir. Ich empfinde perfekt gesund zu sein, als den einzig wirklich wahren Zustand meiner inneren Natur. In diesem Moment, wo ich diese Worte höre und für mich annehme, fängt mein Nervensystem an, alles in die Wege zu leiten, um den Zustand optimaler Heilung herzustellen. Genauso, wie sich Muskeln bilden, wenn ich trainiere. Die Worte, ich bin perfekt gesund, bewirken ab der Sekunde des Akzeptierens, dass eine Armee von Zellen in meinem Körper nichts anderes zu tun haben, als genau diesen Zustand herzustellen. Millionen und Abermillionen Vorgänge, die gerade jetzt stattfinden, haben nur dieses eine Ziel, meine Absicht und Vorstellung von einem perfekt gesunden Körper umzusetzen. Dieses Ergebnis geht ganz schnell und leicht. Immerhin weiß die Kommandozentrale meines Körpers nun, was zu tun ist. Die Natur hält sich mit solchen Dingen nicht auf. Ich liebe mich und akzeptiere mich und ich nehme Gesundheit für mich an. All meine kritischen Gedanken über mich sind für immer verschwunden. Ich liebe mich und nehme mich mit allem, was mich ausmacht, an. Ich bin in vollkommenem Frieden mit mir und weiß, dass ich gut und wertvoll bin. Ich bin vollkommen gesund. Alle Zellen haben jetzt die Information. Die Heilung hat begonnen. Ich spüre das Kribbeln des Betriebes in meinem Körper und segne meinen Körper. Mein Körper ist wunderbar und hat die höchsten Selbstheilungskräfte, die es gibt. Ich bestehe aus reiner Heilung. Mit jedem Atemzug kommt ein weiterer Gesundheitsschub in meinen Körper. Ich bin gesund, weil ich die Absicht dazu habe und es mir Freude bereitet, zuzusehen, wie ich gerade heile. Mein Körper findet sich wieder in seinem Optimalzustand. Gesundheit ist das Natürlichste dieser Welt. Alle Krankheit fällt von mir ab, wie Laub von einem Baum. Pure Gesundheit durchdringt meinen ganzen Körper. Ohne Mühe und ohne Anspannung passiert alles völlig natürlich. Ich bin gesund, dies klingt für mich vollkommen richtig und gut. Ich bin gesund. Gesund sein ist normal. Nichts Besonderes, ganz normal. Ich fühle mich gut und mit jeder Minute besser und besser. Heilung ist nicht aufzuhalten, solange ich sie freudvoll in meinen Gedanken trage. Ich bin vollkommen dankbar für die wundervolle Welt, die mich umgibt. Gesundheit begleitet mich in jeder Stunde, Minute, Sekunde. Solange ich Harmonie im Geist trage, ist Gesundheit mein Zustand. Liebe und Harmonie sind fester Bestandteil meines Geistes. Alles, was mich je geärgert hat, ist nun weit von mir entfernt. Ich besinne mich auf die Schönheit, am Leben zu sein. Alles andere berührt mich nicht mehr. Ich sehe das Gute und Schöne und freue mich vom tiefsten Herzen aus über meine Heilung und mein unbeschwertes Leben. Ich atme Gesundheit und esse Gesundheit und denke Gesundheit. Ich spüre die Kraft, die durch meine Adern fließt und spüre in jeder Sekunde, wie alles besser und besser wird. Ich fühle mich besser und besser und meine Vitalfunktionen regenerieren sich rasant. Und immer mehr Freude durchströmt meinen Körper. In meinem Körper gibt es eine Müllabfuhr, die nun alle Schadstoffe herausbringt. Es gibt einen Nachschub, der all die wunderbaren Nährstoffe ans Ziel bringt. Es gibt das Feuer der Reinigung und es gibt das Prinzip der Neuschöpfung. Lasse dich einfach fallen in das Vertrauen. Alles führt zu kompletter Heilung, bei kompletter Selbstannahme. Sage, ich bin gut. Nimm dich an mit allem, was dich ausmacht. Nimm dich an, jetzt, vollkommen. Sag Ja zu dir. Jeden Tag mehr und mehr. Sag, ich liebe mich. du musst, du bist ein impos anderes. Amen.